Ja, schön wenn du solche Videos für dich findest. Ich mache dir jetzt aber mal eins, wie ich hier durch den Garten gehe. Und hier hat es gerade angefangen zu regnen. Hier haben wir unsere Draußenecke. Das Haus. Ich träuche. Hier auch viel Garten. Kirschbaum. Die Scheune. Die Rutsche. Vorher war da noch ein Gerüst mit Klettern und Schaukeln, etc. Hier hinten rum. Also da ist der andere Teil des Gartens. Dann hinten rum um die Garage. Noch mehr Garten. Apfelbaum. Dann kann man hier durchgehen. Hinter die Garage. Und dann kommt man wieder vorne am Haus raus. Hier mein Auto. Da kannst du mal raten, was dieses Kennzeichen bedeutet. Vor allen Dingen das NE810. Hier das Auto von Kirsten. Der Vordereingang. Hier hat Kirsten sich noch etwas angelegt. Hier sind wieder viele Sträucher. Hier habe ich eine Bude. Noch vorne im Eingang sozusagen. Wenn da mal so Gäste kommen. Die mal kurz anhalten. Dann kriegen die einen Kaffee. Und dann können die da in die Bude. Unser Briefkasten. Hier der Eingang. Und dann hier der Hintereingang. Gerade der Hintereingang. So mit so einem schönen Torbogen. Wo ich dir das alles gezeigt habe. Pipsalass. Aber es macht nichts. Da gehen wir jetzt gleich in die Dusche. und ziehen uns um. Ja genau. Hier war der Hintereingang in unseren Garten. Dann kann man hier durch. Und dann ist man wieder da. Wo ich eben herkam. Da hat Kirsten uns gepflanzt. Hier sind ganz viele Tomaten. Und dann da ist der Hintereingang. Da gehen wir meistens rein. Jo.